Halli hallo hallole Ja, ne runde League of Legends Mit der Jarvan 4 Und mit der Dunkmaster Darius Alias Totti Heute mal ganz geschwollen Nein, ich war First Pick Und ich wusste nicht was ich nehmen sollte Deswegen hab ich mich dann einfach entschieden gehabt Ach komm Sämtliche Eichhörnchen fangen die hier rum an Aber ich hab grad nah herangesoomt Aber du hast das Ding ja schon fast plattgetreten Da brauch ich Hilfe Ey wer du hilfst mir nicht Nicht so anständig so wie die Also so behindert In Anführungszeichen Wie die anderen da Jedes Mal Ja, letztes Game Jinx, ne OP gewesen, aber dennoch hat man es gezogen Da der Tortilla Mit der So wie er sagte Würde ich jetzt lieber nicht sagen Mit der starken Leona Unterwegs gewesen Oh ja Of course Huch Ja, na komm schon Aber auf die Blutung, ne Ja Ja, ich muss sowieso zuerst smiten Damit ich Den Heal bekomme Habe ich aufgepasst Weißt du Nice Jaren gekauft Jaren gekauft Erst gleich wie ich Doran chill, ne Ja, wie ich dir gesagt hab Ja, hat er schonmal kassiert Ey, dieser neue Jungle, ne Der gefällt mir gar nicht mehr Ja Das ist aber nix da Ja So, gehen wir mal fix nochmal schnell Geister holen Und dann Zurück Warum? Weil wir Lowlife sind Hat er schon zuerst einen Drang nehmen müssen Na, ich muss auch gleich Na, ich muss auch gleich Ich glaube auch Das ist ja ne Scheiße Ey, das ist doch zum Kotzen, ey Also wenn nur ein einziger hilft Das ist Total gay Na komm schon Na, na, na Ja Ah, siehste Du musst dein Q Einfach nur äh Spammen Wenn der ankommt Aber nicht dein W Für Minions Ausgeben So, für das Dicke wollte ich jetzt Na Dein Outfit reicht vollkommen aus Na, hat die Syndra sich aber gut penetrieren lassen, so wie es aussieht Ach, scheiße, zu früh gesmited Egal, geh ich dann halt runter Nein, kein Mane Und der Vittel ist hier Der Vittel ist da Warte mal ruhig gar nicht da Da kommen von hinten rein Etwas gehabt Alter Wieso können die nicht mal reingehen, wenn ich anpinge, aber die war ja alleine, ey Ist selber schuld gewesen Ist selber schuld gewesen Ich verpasse jedes Minion, ey Ich verpasse jedes Minion, ey Ich verpasse jedes Minion, ey Ja, das ist gut Was ist bei dir da oben? So, die pushen zu weit raus unten Ja, da kommt der Silence wieder Haha Hätten jetzt an den Tower-Tinket Ne, der hatte keine Akro Nein Hätte jetzt auch River gewordet Hmm Das ist scheiße Mit seinem normalen Trinket, oder? Hatte der Trinket, ja Ne, der hatte nichts mit sonst Okay Schön unten Aufpassen Kannst du mal ein paar Minions rauspushen? Geh, geh, nice Ah, gab's einen Hab dich gar nicht gesehen, dass du da warst, aber Da kam's In den... In den Fräsbret Der hat sowieso Teleport Ah, ich glaub der hat hier gewartet Der wird leider da sein Viertel hat unten zugeschlagen Die sind doch nicht weggegangen Okay, hier ist gewartet Da kann ich nichts machen Oh, zwei Doransschilder hat er sich geholt Was ist los mit dem? Da lässt er sich noch machen? Okay Ja, ich glaub der Syndra Gebe ich nicht so schnell dem Blue her Zätestens Jetzt hat er einen richtigen Ward mit Jetzt hat er ein richtiges Ward Okay Hat er eben eigentlich geflasht Weißt du was? Ja, vorher schon Ich will jetzt aber noch nicht lowlife da hochgehen Sonst Can't handle him Okay Bei Samson Jaaas Nicht attack damage Da Was hat die geschrieben? Darius Wanna try switching? Hast du gelesen? Die will mit dir Lanes tauschen Wer? Syndra in der Mitte Was macht denn die da? Die wird jetzt auch noch sterben Und wieder raus geflasht Der Ding ist jetzt vor oder was? Sehr schön Jetzt hab ich schon oben Jetzt hab ich schon oben Ich bin jetzt mal Ich bin jetzt Ich bin jetzt mal Warum soll ich die Lane switchen jetzt, wo sie verkackt hat gegen ihn, oder was? Naja, sie verkackt schon die ganze Zeit. Guck dir einfach mal den Farm an. Z61, Syndra 50. Naja, ist eigentlich nicht so die Welt, aber dennoch, sie hat arge Probleme in der Mitte. Good job, Jana. Good job. Hau ab, Mann. Ah, das wusste ich, dass das kommt. So, wieder hier oben, ne? Naja, Phil, naja, der mag dich. Ja, der sieht nämlich, dass Garen ziemlich scheiße... Up-Lose, sag ich jetzt mal, ne? Ah, der ist immer noch hier, ey. What the fuck, alter. Der ist ja nur so. Camping like a boss, ja. Weltgeist! Ich hab keinen Teleport ab und der macht jetzt meinen Tower bestimmt noch. Wie? Du hast keinen Teleport ab. Ich hätte ihn da jetzt so schön kriegen können. Egal! Dafür bekommen wir den ersten Drake. Ich tu auch viel Support-Kill. Das ist okay. Das ist schon mal gut für uns. Hi, Bro! Okay. Okay. Ich musste flashen, sonst hätten mich die Geister noch gehittet und dann hätte von Zett die Ulti mir noch mehr Schaden zugefügt. Oh, zu sehr gepusht die Lane. Ach, Mist. Egal was vor der Geist. Ich geh als erstes auf die Hydra und danach werd ich ein bisschen tanky. Ja, Garen hat's oben nicht leicht, wa? Der blutet doch alle. Ah, jetzt kommt der schon wieder, Alter. Na, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Aber bei mir dauert's. Drei Mann jetzt hier oben. Wenn ich jetzt noch ein Flash hätte, könnte ich vor. Du müsstest nur eigentlich einen rausziehen. Egal. Oh, sind drei auch hier. Machen die hier? Die kann doch nicht. Ah, sie hatten auch eine Ulti. Die können sie ja auch einfach so reinhauen. Bin zu lowlife, ich will eigentlich ungern rein. Na, da hat der Echo noch gewonnen gehabt. GG. Kriegst du den raus, wenn ich den stunne? Oder halt? Der heilt sich wohl schon wieder. Ja, ja. Na, okay, komm. Bringt nicht so jetzt rumzugeistern. Viertel wird Udler wiederkommen. Ja, ja. Aber ich hab ja noch gewordet gehabt, aber dennoch. Wollt ihr mich towerdiven, ne, der Viertel? Nee, zum Glück sind die anderen nicht mitgegangen. Sonst hätten die ja sogar auch noch... Ja, ne, das wäre doch ganz gut gewesen, da Garen noch. Hätt schon meine Ulti-Titler noch nochmal draufhauen können. Du hattest ja deiner auch da. Die wären gar nicht rausgekommen. Ja, die wären definitiv nicht rausgekommen, ja. Von Form hab ich ein Garen O. Passt. Soll ich... Ach, du bist ja da. Warte mal, ich... Tu den direkt mal an Ulti. Ich glaub, der hat seinen Flash wieder ab. Hat er wieder seinen Flash ab? Okay, der hat mich hier gesehen. Ja, ja. Ich hab gedacht, vielleicht bin ich ein bisschen diesmal... Ah, pass auf, Syndra verreckt wieder in der Mitte. Ja, die bleibt ja aber auch stehen in den ganzen Shadows, also... Ich hab' den nicht gerade zugekriegt. Ja. 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 Na ja, wir beide, wir können das hier noch drehen. Easy going. mit javan und darius definitiv den den wir da raus nutzen müssen ist dann halt ja garen hält zu klein er geht worden und hat er wieder geflasht so ein Bob und wieder Phil garantiert gleich hinter mir reinkommen ja ja mal mit der Ruhe alter mann ist kein Dezoch kann man nicht irgendwo reinflaschen wie reinflaschen äh boten ja dann hau mal rein an dem sauer na jetzt zu spät den viertel kriegt er noch mal noch den set zu kaschen von hinten ja hau rein hau rein da hat er es noch geschafft komm wir pushen Mitte komm wir pushen Mitte 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 xod xod nein Alter Ah, da kommt Garen Da kommt Garen Lass ihn ruhig, du kannst nicht back Alles klar Kommst du mit mir noch, Drake? 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 Boah, ich hab Nothing Mana Boah Mal probieren Noch eine Zona Oh, die ist low life, die ist low life Ja, alter Meikers Gass Wacht ruhig, ich guck dann, wenn der Viddle kommt K.L. Hau schon gleich Ja, musst du dann direkt ranziehen Kommt doch ein Garen Boah, alter Was macht denn die Scheiß Catelyn für einen Schaden Nein, das war nicht Catelyn Das war Garen? Ja, Garen war eine Ulti, aber Wtf Ich renne einfach, das bringt eh nichts Ja, dann hau ab da Oh, nee, die sind alle low life Ich hab meine Ulti, nee Keine Ulti, kein Mana Guck dir, guck dir die Catelyn an Guck dir die Catelyn an Naja, gut, hier Das war ein bisschen Schade Naja, okay, Drake zwar auf unserer Seite, aber Versuch mich irgendwo nach unten zu porten, wenn den Ja, ist nirgendswo nen Ward Doch, da ist n pink Ward Ja, aber das ist zu weit weg Nja, okay, zwei für ein, zwei für ein, war noch gut Na, wir zwei, jawoll, noch ein Support noch dazubekommen, nice Garen jetzt einfach mal drei Kills hat, ne Einfach mal so Naja, das ist halt Garon, nur Garon Der Kackbohn Fünf Gold Go, go, go Wieso? Ja, doch Viele Stacks Was hatten die Syndra Okay Nomikon ist eigentlich Gebufft, äh Wenig gebufft Die meisten Spieler, die kaufen sich jetzt, also halt Das Buch, was die Syndra hat Kaufen sich jetzt neuerdings die meisten Spieler gleich zweimal Warum? Weil die einfach dadurch mehr Mana bekommen, ja Also halt der Basic Mana Rack, der ist dann halt extrem hoch Kommst du aber auch nicht ran zu ziehen oder so mal Doch, du stehst nur weiter hinten, aber scheiß Garen, ey Wie viel Leben hat er denn schon wieder? Ja, was kauft er sich zuerst? Warmok Das war schlecht, dass du da rein bist Ich wollte eigentlich nur die Sona ein bisschen catchen Aber ich wusste ja nicht, dass Da direkt Alle mit reinziehen Alter Schweder Alter, die Sona Sona mit Ignite Ich hasse Fiddle Sticks Man Was hat der denn da? Einfach so Ich hasse ihn einfach Schöne Tor Aha, Wegabschneiden Wir machen jetzt direkt mal Baron, ne? Den Esch machen Ja Nur wenn die da mitkommen Ich bin so aus Popo Alter Ja, ne, ganz vergessen Nein Es wird nichts für Lobdoreien mit Ulti Eine Truppe hin dürfen Ich kann es auch schon vergessen Ja, hoffentlich machen die jetzt in der Mitte da keinen Scheiß Naja, ich hab's gerade noch gesagt Es ist einfach zurück zum Tower Oh so, Sibir will jetzt noch sterben Und die stirbt auch, weil Zett kommt Scheiße, ey Dieser Silence, ne? Oh, Sibir hat den noch bekommen Da können wir eigentlich fighten Wenn ich Garen Nicht reinbekommen kriege ich Kriegen wir die eigentlich Oh, Sibir hat den noch getan Komm, Nero's Alter, Caitlyn Gibt die mir einen dicken Headshot 400er Headshot 400 Okay Rüstung, 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 Rüstung Wir brauchen Rüstung Kannst du dich nicht Dein TP ist noch ab, ne? Nee, den hab ich oben genommen Um Garen zu holen Ich geh mal fix Ciao, Jana Aaron kann nichts eigentlich, ne? Der hat einfach nur Rüstung und Leben Ja, das ist... Magic Resist Das war's auch schon, ne? Was willst du denn mitnehmen? Das gehören da ja alle, oder was? Was macht denn sie da? Alter Schwede Kannst du die Catelyn ziehen? Nee Oh, fuck off Catelyn macht den Schaden hier, muss aufpassen Oh, Viertel-Ulti, Viertel-Ulti, Viertel-Ulti Die aber nichts bringt Ja Alle gut ausgemooft Naja, ich seh wenigstens Okay, die haben angefangen Ja, müssen wir rein, müssen wir rein, oder? Nein Komm mal Nein Ich seh'n wieder fest Alter Wie ist das, dass ich noch überlebe? Wie ist das, dass ich noch überlebe? Alter Ahhhhhhhhhhhhhh Man Wärscht nie wieder Gedingstbums gewesen von diesen bekloppten Fiddlesticks dann Äh, ich weiß, was du meinst Hättcht die Catelyn noch ulken können Nice Das war gut Hier, hier, hier Na, stimmt, ja, aber Alles auf dem Tower unten Ja, die hau die ab Die Simra, die geht einfach zu, zu weit rein Die hätte eben sogar noch was reißen können Hat sie aber nicht Aber trotzdem war er so die Kills hat dann Gestealt So wie du vorhin, ne? Ja, ich hab ein Gestealt, ja Ja, wie? Gebe ich auch zu Du, warte Ne, die Simra hat mir, ich glaub, drei Gestealt Ne, das ist ja egal Hauptsache der Kill war safe Aber du hast gefragt Woher? Es geht schon wieder, geht schon wieder los Ich glaub, die Simra ist ein bisschen aufgeregt Wir brauchen Wards, wir brauchen sowas von Wards Ah, von oben, von oben Wir sind nur zu viert, ne? Sivir ist Ja, Sivir lepusht, Sivir pusht Lass sie pushen, lass sie pushen Wir brauchen den Tower da Alter, der holt sich einen Scheiß GA Alter, fuck yourself Die hat den Zett so hardcore gemacht Also, und Caitlyn noch dazu Was will man denn da machen? Was will man da machen? Jetzt will Zett rein, will Darni Pass auf, ich steh jetzt Warum flasht die nach der Hände? Ach, schade Die wollte wahrscheinlich rausflaschen Nein, nein, die hat zu ihr geflasht Also, wenn ich rausflasche, sieht das anders aus Top, 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 top I love you Low in, doch Neiiin, der ist woanders hingegangen Oh, man, man, man! Alter! Okay.. Ahh oder am Ende! Ja, ich hätte auch nicht wirklich großartig ... In der Mitte rumschimmeln können, geht der einfach nicht. Und unten, naja, war genau so blöd. Ja, bei mir oben ist schon genug rumgeschimmelt. Ja. In einer Minute, Drake. Jetzt versuchen die den ja noch zu überreden, ne? Was ist denn in Warn? Ja, ja, hab ich, da. Ja, gut, das... Ja, ich hab Caitlyn zu spät gesehen, als ich erst reingejumpt bin. Nope. Hallo, die scheiß Caitlyn, man. Alle Flächen zu raus, Alter. Das geht mir so auf die Eier. Oh, Teleron. Oh, Teleron. Oh, Teleron ist noch. Ja, genau, alles dort reingeschickt. Naja, natürlich. Hohoho. Da. Die Siegler macht wenigstens noch ein bisschen was. Na ja, aber Sivir alleine kann da nicht großartig machen. Da, schau dir die Syndra an! Ja, jetzt ist Drake down. Ach, Mann. Und Sivir kann irgendwie nicht über... ...dingen zu laufen. Dann er geht auf AP. Dann er geht AP? Ah, nice. Ja, ist schon weg. So, wir müssen noch was holen müssen dann gleich. Wenn wir noch so weit kommen. Ah, nö, kommen wir nicht. Nö, kommen wir nicht. Kommen wir nicht. Okay, ich denk mal... ...haut doch da ab, Mann. Warum sind die jetzt engaged? Damit Syndra ihre Ulti auf... äh... ...Dingens hauen kann, etwa, oder was? ...Nö, ey... ...hätte die... ...Jenner nicht... ...ne, egal. Was bringt das denn jetzt zu Flamen, wenn die... ...denke ich mal, glaub ich sowieso nicht großartig viel Hirn haben. War vielleicht zwar gut... ...im guten gedacht, dass sie, äh, den Zett weggekickt hat mit ihrer Ulti. Oh, wow, super. Oh, Leute, da hat sie aber noch Glück gehabt. Da hat sie aber noch Glück gehabt, muss man sagen. Ja, ist Wayne trotzdem. Down is down, wa? Naja, down is down. Das ist schon klar, das ist auch richtig, aber... Ja, so schlecht ist die Sieg ja gar nicht, pass schon. What's happening? Nach eingewonnenen Teamfight braucht man jetzt nicht so den Maul großartig aufzureißen. Ja, der Frozen Heart, ne? Ja, das wäre super, Frozen Heart. Da kommt ein Zett, man. Ja, den Zett, dem machst du Schaden, also... ...der macht dir aber wenig Schaden, oder? Ja, der hoopt ja auch nicht auf mich. Das ist immer... ...die... ...die Catelyn und der Fiddlesticks, die mich irgendwie irgendwas machen. Ich meine, da steht schon wieder so, jetzt kommt eine Ulti. Jetzt hatte ich die... ...Stat Ulti offen, ja. Ne, hatte ich nicht. Alter, wir rufen jetzt dann schon wieder an. Ja. Ah, das schafft er nicht, das schafft er nicht, das schafft er nicht, das schafft er nicht. Ne, ne, ne. ...in Zett überlebt noch. ...Zett überlebt noch, ja. Ja. Achja... Achja... ...is doch schon wieder, einfach nur... Da war ein Ding. Bitte was? Okay, alles klar. Die Kleine? Ja, die schläft schon. Die hatte heute kein Mittagsdach, oder? Die schläft schon seit halb sechs. Die war fix und alle öffnen. Ja. Okay. Ja, klar. Okay. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Keine Ahnung, auf wem ich jetzt gerade meine Ulti-Gaun hab. Auf Dingens. Äh, Garen. Englisch auf Katelyn, aber die... war dann zu schnell weg. Das war schlecht. Ja, Jana? Da sagst du was? Ja, Garen braucht einfach nur einen Scheiß ins Late-Game zu kommen. Scheiße. Und Top-Pusht jetzt unten. Ist eigentlich okay. Blue-Buff wird gerade geholt. Warte, ich will mir jetzt erstmal meinen Frozen. Schließen. Komm rein, ich komme rein, ich komme rein, ich komme rein. Alter. Ich kann nichts machen, dieser Silence, der ist einfach zu heavy. Der braucht... Oh, da hat er dich aber... Jawoll, mich echt vorausen. Ja, den Set machen. Gucken, 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 ob's klappt. Der wird mich gleich vorgrüßen, aber egal. Das wird noch überleben, oder? Hier. Da müssen wir jetzt gleich hin. Die dürfen jetzt, äh, den Baron nicht, äh, bekommen jetzt den nächsten. Ansonsten sieht das für uns schlecht aus. Generell schlecht, aber das ist gerade. Hm. Jetzt im Moment ist noch so ziemlich alles offen. Gut, ich spiele irgendwie auch so einen komischen großen Shit zusammen, aber... Die wird jetzt zu greedy. Ja, das geschieht ja recht. Da müssen wir jetzt nur dort setzen, dann ist nicht schlecht. Ja, der ist gerade gespawnt, süße. Ja. Wir müssen jetzt hier umgern, jetzt hier rumdümpeln. Ja. 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 Du dritt. Gut. Kannst du fast vergessen, die alte. Einfach zurück. Zurück und auf Sie geworden. Ja, das ist scheiße. Alles Kacka. Ja. 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 Da unten brauche ich eigentlich Schwarz jetzt, wo... ...irgendwann reinziehen kann. Ja, genau. Aaaaaahm Oben ist Viertel Naja, deswegen hab ich auch da mein Ward hingestellt Ich bin da raus, ne? Die Jenner, die muss einfach so eine Ulti-Interruption! Jetzt kommt die von jetzt! Warum bleiben die alle dort? Sie hat das versucht, aber sie hat's leider nicht geschafft Oh nein, und ich bekomm natürlich den Silence ab, äh Fuck yourself Alter Ich hab immer noch irgendwie einen verkackten 4 abbekommen Von Fiddlesticks Das ist nicht mehr normal Nein, einen Silence hab ich abbekommen Naja, Gigi Ein Hit Da, guck mal, wie lang Ja, Garen macht sie jetzt Solo, kann man sagen Die wollen nicht wirklich, ja? Oh lol, da sieht man, dass Garen überhaupt gar keinen Schaden macht Aber nein, er macht dennoch tons of damage Schön Schön Wenigstens das unterbrochen Stop Tower Ohhhh Ganz vergessen, ey Wird's ne Warmox oder Rätlische Pracht Rätlische Pracht Ach nein, jetzt lässt ich sie wieder da snacken Nein, 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 alles gut Nein, nein, alles gut Nein, nein, alles gut Nein, nein, nein Der wird sich gleich überall rein Telefonieren Okay Komm, machen wir schnell, Barron Pfff Barron ist weg, die hatten Barron was Nein, Barron ist da Sona hatte grad Barron Ja Ja Stimmt Loll Dann haben die gerade Ja, der Nein Nein, oder? Okay Weck den Tower, ne Schade Und hoffentlich kriegst du das jetzt dann hier auch noch verteidigt Ja, 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 ja Ich glaube aber weniger Sind das auch noch da Zwei offene Inhibitors Seid zu dritt, die kommen jetzt erst Z hat keine Ulti Oh, das wird eng Das wird eng Aber ich hab Teleport, ich kann oben rein, dann mach ich einfach den Tower Wo willst du oben rein, da ist aber gar kein Ding drin Das ist egal, ich bohrt mich was wie es ist zu dem Ort halbe Mitte Oh, halbe Minute bis Sivir kommt, ne? Ja, ja, ja Gut, dass wir jetzt auch 18 Sekunden Super was er ihn haben Ah, er macht ihn einfach Ja, ja Ja, das ist halt scheiß sad Wenn man da nicht, äh, direkt auf Zenias rusht, ist man da auch selber schuld Und Naja, ich hab ein bissl an die Syndra geglaubt Aber Pech gehabt Na gut Halt's dran glauben Haut rein Tschaußen Gut machen